Die großen Nordwände der Alpen Auch klassische Nordwände oder letzte Probleme der Alpen sind eine Gruppe von drei oder sechs Nordwänden alpiner Berge, die sich durch ihre besondere Größe, Schwierigkeit oder Gefährlichkeit für Bergsteiger auszeichnen. Dabei handelt es sich um die Nordwände von Eiger, Grandes Jorasses und Matterhorn. In der erweiterten Gruppe der sechs großen Nordwände der Alpen sind dies zusätzlich die Nordwände von PTTRU, PIZ-Bardiele und der großen Zinne. Fritz Kasperek, einer der vier Erstdurchsteiger der Eiger Nordwand, verwendete im Jahr 1938 als erster den Begriff der drei großen Wandprobleme. Sein damaliger Gefährte Anderl Heckmeyer griff diese Terminologie elf Jahre später auf, indem er sein 1949 erschienenes Buch mit »Die drei letzten Probleme der Alpen« betitelte. »RS Männer« »Die encompass – die drei configure er Audio zusammen im Jahr 2021. Vielen Dank.